Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tokyo Mirage Seasons. Ich bin das Aya dem Semaphics. Beim letzten Mal haben wir uns hier weiter im 106 Dungeon umgeschaut und sind ja so wie es aussieht auf dem richtigen Pfad, um endlich hier weiter zu kommen und hier die Schwester von der guten Tsubasa, die Aya, zu retten. Ja, das ist natürlich noch immer unser Ziel. Wir haben hier dank diesem kleinen Mirage, der uns hier einen ungefähren Hinweis gegeben hat, nämlich dass sie irgendwo da oben ist. Wissen wir ungefähr, wo es lang geht? Wir haben ja mit der Tsubasa hier einen Song gelernt, mit dem er hoffentlich sie die Kraft hat, die Gute aufzuwecken. So, was machen wir denn? Cleave? Machen wir mal. Ah nee, Cleave ist nicht die Schwäche. Na, dann hauen wir sie raus. So, war der gerade Level 18? Habe ich da was richtig gesehen? Oder war der Level 12? Für mich sagt es genau, dass er der Level 18 ist. Das wäre ein bisschen hart. Das wäre ein wenig sehr hart. So, machen wir hier den Pfad. Ah, Level 12, okay. Ich denke mir, er hat schon mal einen Level 18er Troll. Können ein bisschen hart werden, aber hey, so gut wie wir hier das machen, man, ist das natürlich kein Problem. Komm. Ah, sehr schön, man. Tsubasa, legen wir los. Komm, machen wir den noch platt. So. Und wieder eine Season, man. Ja, es hat schon einen Grund hier. Ähm, ich finde es eigentlich ganz lustig, man. Die Titel, äh, der, der Titel des Spieles ist ja Toku Mirage Seasons. Und eigentlich, muss ich sagen, ist er, der hört sich zwar zu cool an, also natürlich nicht so, äh, merkwürdig wie Genba Ibu Nruku, oder wie es auch im Original hieß. Ähm, aber ich finde es eigentlich lustig. Eigentlich hat man nur so die wichtigsten Spielelemente aus dem Spiel genommen und daraus den Titel gemacht. Er spielt in Tokio? Gut, nehmen wir in Tokio. Mirages sind hier, ist ja im Endeffekt, das ist ein Mirage, die Antagonisten sind Mirage, alles ist Mirage. Äh, und dann noch Season, was das wichtigste Kampfmanöver ist. Also das ist so, wie wenn ich, äh, statt, äh, wenn ich Final Fantasy irgendwie, Final Fantasy 7 hätte ich auch, keine Ahnung, äh, wie hätte man das schön nennen können. Ähm, Sefirot, äh, und Real Battle, irgendwie so, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Egal, zumindestens ein lustiger Name. So, aber ich sag ja, Genba Ibu Nruku klingt ja noch tausendmal merkwürdiger. So, wir nehmen den mittleren Switch. Der rechte bringt uns ja leider nix, aber der sieht sehr gut aus. Und damit sollten wir hier dann wieder auf die nächste Ebene kommen. So, warte, wir sind Level 13 nach. Ich würde halt immer noch gerne auf Level 15 kommen, das wäre halt sehr cool, man. Alter, was ist das? Ich würde halt immer noch gerne aufhören. Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. So, ich bitte die kurze Pause zu entschuldigen, mein Mikro. Ich sag's immer wieder, das ist grausam. Nicht nur, dass teilweise halt einfach der Stecker rausgeht, was der aktuell Fall hat, sondern dass es andere noch Störungen gibt. Ich will da jetzt nicht große Hormatsen, aber das Mikro ist, sag mal, einfach mal nicht das Beste. Besonders, wenn es hier schon zwei Jahre hier im Einsatz war. Schotting. Punkt, Ende, aus. Anders kann man das nicht sagen. Egal. Kümmern wir uns wieder um was Wichtiges, und zwar um diese schönen Kämpfe. Und ich habe aufgehört zu reden. Da wollte ich gerade was sagen über Special Gegner. Wir haben ja gerade gegen diese goldene, gegen diesen goldenen Gegner gekämpft. Und da habe ich gesagt, es sollte eigentlich in jedem Spiel sollte es immer einen Gegner geben, der ein Special Gegner ist. Also, durch den man Bonus-Erfahrung hält oder sowas in der Art immer. Schauen wir mal kurz, welchen Skill wir haben. Mag Boost. Ja, ganz schön. Strength Boost wäre mir eigentlich lieber gewesen, aber egal. So, Epsi-Skill-Enterated ist complete. Schon? Das ging jetzt überraschend, aber sie sind ganz schön schnell, aber wir sind ja gut. Wir haben ja noch ein Ersatzschwert dabei. So. What up? Und dann hier. Das ist wieder mastered. So, und dann hier. Plus 1 Attacke. Okay. Ich denke mal, bei der 38 so leuchtet, denke ich jetzt gerade. Plus auch so eine 30 Attacke. Na, so gut ist es nicht. So, wir lernen erst das Schwert voll. Dann haben wir auch noch mit ihr eins übrig. Und mit dir haben wir sogar noch zwei Schwerter hier. Da musst du noch zwei Skills lernen. Das kriegen wir schon alles schön hin. Ähm, und wenn wir schon mal dabei sind, haben wir ja eigentlich hier schon ein paar Sachen gefunden. Brother of Eternity. Ja, Strength Getrunker. EP geht hoch. Ja, das wäre schon geil, Mann. Ist schon, ist schon echt nicht schlecht so. Hier. Hier. Uh, das ist natürlich bei dir auch super. Ach so, das, äh, okay. Das hat er jetzt. Naja, geil. Das ist schon okay. Und was haben wir hier für Uniformen? Ja, casual, Mann. Man kann doch keine casual Uniform hier anziehen. Oh, das ist doch doof, Mann. Ich hoffe, wir halten in nächster Zeit können wir endlich mal gescheite Ausrüstung hier freischalten von unseren Charakteren. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben das richtig dumm gemacht, Mann. So, wir müssen jetzt erstmal nach unten. Okay. Jetzt müssen wir nochmal den ganzen Weg umdrehen. Da müssen wir nochmal andersrum. Oh, das ist, wir haben das sehr doof gemacht. Weil wir müssen jetzt erstmal, müssen wir jetzt den blauen, blauen, das blaue Kleid müssen wir jetzt erstmal so machen, weil das wir dort nach unten, beziehungsweise nach oben gehen können. Und gleichzeitig müssen wir das Orange so halten, wie es wir jetzt haben. Aber der Max hat das ja vorher geändert, weil das eine Item sich holen wollte. Und das war ziemlich dumm, dass es sich wieder zurückgeändert hat. Dann machen wir den alle. Oh, wir haben jetzt drei Punkte. Ich würde sagen, das heben wir uns auf, weil ich denke, wir werden bald den nächsten Boss weit haben. Dann können wir gleich mal drei Kombinationen hier raushauen. Dann hauen wir erstmal hier schön mit ihm dann die Empty Wave raus und dann hauen wir noch danach den Skill dann mit der guten Zubasa raus, den ich unbedingt mal sehen will, was da rauskommt, Mann. Da bin ich sehr gespannt, Mann. So. Sollte... Reichen. Reicht! So. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ein neues Skill. Rakunda. Eben... Verteidigung wieder, oder? Oder? Ah ne, Rakakuja. Was... Okay, was macht das? Loss all enemies defense. Jo, für Bossfalls ist das praktisch. Aber das ist ein Skill, den ich eher dann vergessen will. Weil ich wäre eher so, also wenn ich jetzt hier mir so die Skills anschaue, werden wir natürlich... Hier zu gut werden wir natürlich so trimmen, dass er... Also Tank ist. So, jetzt brauche ich die... Linke. Äh, den werden wir natürlich hier so als Tank anstellen. Der wird viele Special Moves haben und alles mögliche. Während dann hier... Ähm... Also nicht Tanke, versteht mich falsch. Ich wollte sagen, der wird halt sehr viele Magie, unterschiedliche Magiearten. Das ist bei dem ganz wichtig. Mit... Toma werden wir... Dem werden wir als Tank trainieren, weil der wird dann einfach alles heraus haben, was er kann. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Hä, die Handgieste stimmt doch. Hä, sie macht aber nicht. Achso. Von irgendwo greift mir einer an, oder auch nicht. Da ist er. Zack. Ich kämpfe schon gegen euch. Kein Problem, Mann. Ich brauche jeden einzelnen Erfahrungspunkt. Leute, ich weiß, äh, manche mögen das nicht, wenn man viel levelt. Aber hey, das Kampfsystem, finde ich, sieht nicht nur spektakulär aus, sondern macht auch verdammt viel Spaß. Und da ist das, finde ich, vertriebbar. Sondern, dass wenn man den jetzt instant killen, Mann, dann ist es, ist es ja nicht super, Mann. Bäh. Dann können wir es schaffen, ohne einen einzigen Schlag abzubekommen, wenn wir uns gut anstehen. So, hier. Feier natürlich. Und danach kommt nochmal die Sio-Attacke, Mann. Das reicht dann auch wieder, um ihn instant zu killen. So. One Prestige, und wieder. Ah, San ist... Hä? Ich dachte, San wäre auch seine Schwäche. Okay, dann werden wir es leider nicht schaffen. Außer, das wäre sehr geil. Ja, ja. Kein Ding, Mann. Kein Ding, Mann. Ich nehme das nicht, Übel zu Baza. Ich hasse dich so ab, und tiefer. Na. So, lebt der immer noch, Mann. Das kann ja gar nicht sein. So, wir müssen nur ein bisschen auf die SP achten. Alter! Jetzt veräppelst du mich aber, oder? Also, Standardattacken in dem Spieße, der ist ja komplett nutzlos, Mann. Das ist echt... Das lohnt... Kann man einfach wirklich nur machen, wenn man keine SP mehr hat, oder keinen Bock mehr hat, zu kämpfen, Mann. Wenn ich einfach irgendwie level und dann einfach dann die Schnelltaste drücke, weil das macht ja null Schaden, Mann. Ist okay. Wir müssen hier den mitzlernen Switch machen, auch wenn der so wie das eigentlich aussieht, aktiviert sein sollte. Nein! Ach so, das ist ja auch das orange Kleid. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Wir müssen hier ins blaue Kleid, Mann. So, da müssen wir hin. Und Leute, gleich haben wir es auch geschafft. So. Gut. Die mittleren. So. Gut. Ich glaube, wenn wir keinen einzigen Random Encounter gemacht haben, dann wären wir schon seit 5 Stunden durch. Aber wurscht. Okay, hier muss ich nichts ändern. Weil das können wir erst oben ändern. Das heißt, ich muss jetzt wieder hoch, dann muss ich wieder runter. Zack. Denkst du, ich nehme dich nicht mit? Denkst du, ich nehme dich nicht mit, Mann? Hier mit meinem coolen neuen Rapier. So. Das ist mal ein echtes, äh, eine echte Waffe, mit der man schon Schwerkampfgele hätte machen können. So. Oh, das ist doof. Hau mal einfach drauf. Aber der macht ordentlich Schaden mit seinem Standardangriff. Nein, nicht Sio, ich will Cleave machen. Genau. Wir brauchen unbedingt noch einen, äh, Gegner, der, ähm, ebenfalls noch eine, ein Schwert, das Waffe hat. Ah, schade, wäre sehr cool gewesen, hätte es geschafft, den Instant zu töten. Aber egal. Alles im grünen Bereich. So, Sida und die gute Tsubasa. Das ist ein Dream Team, würde ich mal sagen. Zan, Instakill und Teoma beendet es natürlich hier. Nightmarehood. Shibuya, Shibuya. Es gibt doch so ein Spiel, oder? Scheiß nicht, Shibuya? Ne, es war, ne, es war ein anderes. Das hieß, glaube ich, Akihabara 106 oder 955. Es ist aber eine Vision, Novelmann, die ich immer gehört habe, soll die beste Vision Novel überhaupt sein und ist natürlich niemals im Western Schienmann. So, also wir gehen jetzt hoch, ganz entspannt und relaxed, Mann. Wie lange spielen wir eigentlich schon wieder? Äh, keine Ahnung, 10 Stunden und wir sind immer, wir sind immer noch weiter, Mann, aber es ist wurscht. So, dann gehen wir hier rüber, dann müssen wir das Kleid nochmal ändern und dann müssen wir nochmal runter und dann haben wir es geschafft. Also, es kann sich nur noch um Jahrtausende handeln. So. Also, 12 Minuten und jetzt hier nochmal den rechten Switch. Sack. Und ihr seht, jetzt kommen wir in der ganzen Spannung nach oben. Aber, ich will noch kurz mit Tauma hier auf Level 13 kommen. Äh, Level 14. Also, Level 15 war ich mein Ziel vom nächsten Bossfight, aber hey, komm, wir haben so viel Encounters mitgenommen, und da müssen wir jetzt nicht nur künstlich hier ein bisschen leveln, Mann. Das muss schon reichen, Mann. So, wieder 10 Season, Mann. Sehr gut. 178 hier. Gibt es auch über schöne Belohnungen, wenn man hier eine Season hinbekommt. Das ist auch ziemlich cool. So, wir gehen erst auf den, weil Tauma kann den anderen Lockerbild erledigen. Zack. Und bei dir funktioniert Sanja nicht. Das funzt leider nicht bei dir. Deswegen hauen wir einfach so drauf. Und Tauma-san. Natürlich hier den Troll, Mann. Der einzige nervige Gegner, Mann. So. Overkill. Und jetzt, komm, jetzt, ich bin auch gespannt auf den nächsten Bossfight, weil ich unbedingt hier den Special Move von hier zu Barca sehen will. Ich hoffe, dass es eine richtig coole macht. Titel. Cooler Tag. So, Stage-Rank 3 haben wir. Und jetzt, if you progress further in the main story, a new side story will be available for Tauma. Geil. Und das ist Level 14. Das ist aber nett. Also, Side-Stories werden freigeschaltet, in dem wir Charaktere mitnehmen und eben ihren Stage-Rank hier aufnehmen, der sich ja deutlich auflebt, wenn wir Charaktere auf der Party haben. Ein interessantes Feature, Mann. Man merkt schon, es gibt sehr viele ähnliche Momente eben, wie in den anderen Shin Megami Tense teilen, beziehungsweise halt Persona teilen. Das waren eben, wenn man Charaktere dabei hat, das... Warte, 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 warte. Wir kämpfen jetzt gegen den, aber ich speichere davor zur Sicherheit. Nicht, dass jetzt alles, was ich bis jetzt hier 15 Minuten hier gemacht habe, umsonst war. Wir haben eine Chance gegen ihn. Also, wenn er Level 16 ist, der letzte Savage, den wir gesehen haben, war Level 16. Den sollten wir besiegen können. So. Ja, kein Problem, Mann, würde ich sagen, oder? So. Scheiße. Wäre sehr gut gewesen, hätte mal einen instant töten können. Weil ich habe Angst. Genau, davor hatte ich Angst, Mann. Genau davor hatte ich Angst, Mann. Und genau so ist es gekommen, Mann. Thomas, du bist ein, du bist ein Waschlappen. Du bist Thomas von einem Waschlappen. So. Dia. Alter, es sind viel zu viele Gegner, um hier vernünftig anzugreifen. So. Ach komm, was, Wieg? Hey. Nein, ich... Es gibt, wieso gibt es die Resetation? Taste nicht mehr. Wieso gibt es die verkackte Reset? Taste nicht mehr, Mann. So. Entweder ich heil Thomas jetzt. Ich muss angreifen, Mann. Ich muss den jetzt vernichten, Mann. So. Entweder ich gehe jetzt Risiko und greife ihn an. Da sind immer noch so viele, Mann. Wir müssen nur den Scheißtypen besiegen, Mann. Was? Ich dachte so... Das war beim anderen effektiv. Oder ja, okay. Das ist unser Top, Mann. Ja, wir hätten schon eine Chance, wenn die nicht mit ihrer Scheiß-Season die ganze Zeit kommen würden, Mann. Und voll unfair wären. Ja, langweil mich nicht. Ja, ich habe gespeichert, aber mir ist das scheißegal. So, escapen wir und laden noch mal neu, Mann. So. Richtig drum, Mann. Das sind auch... Es wäre nicht schwer gewesen, wenn es nicht so viele gewesen wäre und wenn sie halt nicht immer unsere Schwachpunkte getroffen hätten. So. System. Load. So. Spiel doch gar nicht rum. Ich meine, ich hätte jetzt noch mal den Dungeon verlassen können. Hätte mir noch mal heilen können, aber wir wollen auch mal irgendwann weiterkommen, oder? Also ich zumindest. So. Das ist echt doof, Mann. Blöde Supergegner, Mann. Die sind ein bisschen zu stark, Mann, dafür, dass sie wirklich in normalen Dungeons immer vorkommen, Mann. Weil wir sind jetzt schon immer in Level 14, Mann, und trotzdem sehen wir wirklich da keinen Ausweg gegen diese Drecksgegner. Ich höre ungefähr 20 Geister aufploppen, Mann. Mirages. Auch wenn es bei mir Geister sind. So. Das fiese auch an denen ist, dass man keinen First Strike machen können. Hätten wir aber so einen richtigen First Strike gegen die, dann könnte man die locker besiegen, aber so. So, wir besiegen erst den. So, ich kämpfe lieber gegen Gegner, Mann, die ich gleich besiegen kann. So, Season Ritual ist es immer. So kürze ich das. Dann hier der Fire Strike danach. Und bevor einer von denen überhaupt rankommt, sind schon alle Daumen. So mag ich das. Aber ich meine, wir hätten das schon schaffen können. Hätte ich hier meine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Special Moves hier. Sie heißen einfach Special Moves, glaube ich. Aber hätten wir die eingesetzt, dann hätten wir auch diese, hätten wir es auch schaffen können. Weil hätte man zum Basis-Move erstmal rausgegangen und dann nochmal von Itzuki. Aber das wäre halt echt Verschwendung gewesen, weil ich denke, für den nächsten Bossfighter ist das wichtiger. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal Items, wo man sich die komplett auffüllen lassen kann. Und wir haben noch einen Skill gelernt. Was ist denn das Schönes? Hamstring, Light Attack, Joa, Joa, irgendwas mit Hit Evasion Rate hat das noch, aber, oh. Ich brauche erstmal, dass er bei Blitz-Kombos mitmachen kann. Das wäre mir ehrlich gesagt das Liebste, was ich für ihn jetzt aktuell hätte. So. Kommen wir eigentlich irgendwann mal weiter? Wir sind schon wieder um 18 Minuten und haben schon wieder den Boss, wir werden schon wieder in den Partner schaffen. Das ist richtig traurig, Mann, aber egal. So. Wen greifen wir denn an? Den Troll? Ach, greifen wir einen Troller, Mann. Immerhin kommen wir ja gescheit viele Gegner. Wir erhalten hier schon gute Erfahrung, also. Wir müssen wirklich nicht die Special-Gegner angreifen, weil so sehr lohnt sich das jetzt auch nicht, die Scavenger oder wie sie auch immer heißen will. So. Das könnt ihr einen Insta-Kill. Warte, bitte. Sehr geil. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut ist das sogar. So, dann machen wir Sandes ist auf den sicher einen Insta-Kill. Oder auch nicht. Ja, Siyu ist noch einen Insta-Kill. Sandes ist ein bisschen schwach, Mann. Oh, kommt drei Attacken, Mann. Und dann hier Skir. Aber das muss reichen für den. Wenn das nicht reicht, Mann, Thomas, dann schmeiße ich die aus der Party, Mann. Ich weiß zwar nicht, wenn ich sonst dafür reintun würde, aber egal. Ich hoffe, ich will jetzt gefällt noch andere Teammitglieder haben, Mann. Ein viertes Mann. Wenn wir vier Teammitglieder wären, das wäre alles dann viel leichter und viel schöner. Ein gutes Rollenspiel hat immer vier Teammitglieder, Mann. Das ist eine ungeschriebene Regel, Mann. Alles, was nicht vier, das ist die magische zahlen in den Rollenspiel, Mann. So, was haben wir hier? Ja. So, gegen die Wand gebannt, ja. Okay, damit haben wir es geschafft und dann können wir gleich die nächsten Bossfighter anfangen, aber wir heilen uns davon noch kurz mal hoch. So, jetzt hauen wir auch richtig hier unsere Special Movie raus, Mann. Müssen wir gar nicht rumspielen. So, einfach hier die ganze Zeit. Zio, zio, zio. Zwei Trolle. Also echt nicht leicht. Also, wir sind so gut, Mann. Gut, dann kommt hier nicht der Skewer, sondern Firestrike. Hamstring haben wir jetzt auch hier. Light Attacked Lost Tagest Hit in the Weight. Also, das heißt im Endeffekt, dass wenn wir die Attacke auf den Gegner machen, dass die Chance halt größer ist, dass er verfehlt und dass er uns eigentlich nicht mehr ausweigen kann. Sehr gut. So, dann der Skewer. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, wenn wir so weitermachen, Level 15 zu erreichen. Aber ich möchte mich jetzt da nicht nochmal 100 Stunden umschauen, Mann. Wir machen den Kampf noch und dann gehen wir raus und dann starten wir mit dem Bossfight. So. Zack. Zack. Es sieht so geil einfach aus. Findet ihr, nehmt, Mann? Es gibt nur wenige Kämpfe wirklich, die so spektakulär aus haben. Wenn ich da wirklich an so einen Taste of Systereo denke, Mann, wo halt die Kämpfe halt integriert wurden in die Welt. Was natürlich so gut funktioniert hat, wie wenn ich auf ein Butterbrot, wenn ich da, keine Ahnung, was kann man da schönes drausspülen? Ketchup. Bandskills. Aktiviert a season against specific classes such as Dragon or Horseback, regardless of the finish. For example, Horselayer will always trigger a season as long as the enemy is a Horseback-Mirage. Note that Bandskills also have a normal weapon affinity. Also, im Endeffekt ist das übisgar. Ja, weil natürlich behalten wir das, Mann. Das ist eine richtig coole Fähigkeit. Also im Endeffekt gegen Pferdegegner können wir jetzt hier, können wir jetzt im Endeffekt hier schaden. Unabhängig, ob das eine Schwäche von ihm ist oder nicht. So. Ja, na, wir schauen uns jetzt nicht mal um. Wir müssen hier den Teleporter nochmal aktivieren. So. Wir machen das schneller, Mann. So. Ich brauche Speed, Mann. Skill. Und dann porten wir uns hier ganz entspannt. Obwohl, lohnt sich eigentlich nicht. Fällt mir gerade so auf. Da haben wir auch nicht weniger Ladezeiten. Near the Exit, ja. Teleporter, Mann. So wichtig, Mann. So wichtig, Mann. Ich muss ja sagen, du spielst schon echt so gnadenlos, Mann. Also das ist nicht so mit hier Quicksave und Kampf wiederhol, Mann. Wenn du tot bist, bist du tot, Mann. Und wenn du nicht gespeichert hast oder keinen Bock hattest zu speichern und dann halt schlecht im Kampf warst und dann den verkackt hast und gestorben bist, dann kannst du halt deine 2-3 Stunden nochmal neu spielen, wenn du nicht gespeichert hast. Aber ganz wichtig ist, dass du die Option hast überall zu speichern, Mann. Ich hab echt kein Problem, wenn mir ein Spiel sagt, du stirbst und dann bist du weg. Das ist kein Problem. Aber ich muss sagen, ich kann solche Spiele, also im Endeffekt kein originales Final Fantasy mehr spielen. Mann, wenn mir ein Spiel sagt, ich darf nicht überall speichern und ich darf halt nur einen bestimmten Savepoint speichern, aber ich kann halt instant down gehen. Sowas ist so ätzend, Mann. Und ich freue mich, dass das hier jetzt so schön gelöst worden ist. Thomas sagt was. Und zwar, oh, Nachricht ist weg. Wenn Thomas nicht mit mir schreiben will, dann will er nicht mit mir schreiben. Ja gut, Mann. Thomas, ich hab auch keinen Bock auf dich. So. Loading, loading. Ich kann nicht viel wissen, was Thomas zu sagen hat. Looks like she got the radiant skill. So that's pretty impressive. But remember, you're not bad yourself. Counting on you, Mann. Definitiv besser als du, Thomas, Mann. Du bist echt mit Abstand unser schlechtes Mitglied, schlechtes Mitglied. Jeder Gegner hat immer auf dich, äh, trifft immer deine Schwäche. Das finde ich echt nervig, Mann. Aber, was soll's, Mann. Wir haben ja leider keine Kita. Ich frag mich, was wir noch für Teammitglieder bekommen. Ob das jetzt hier schon die ganzen Teammitglieder sein werden? Ob wir noch mehrere überhaupt bekommen? Okay, was, äh, schlimm ist das davor? Ja, do you think? Yes, it's a dead mirage. So, aber ich würde sagen, Leute, um die Spannung ein wenig aufrecht zu halten, man, jetzt haben wir es endlich geschafft, nachdem wir uns hier wirklich viel zu lange hier in dem Dungeon rumgeschlagen haben. Haben wir es geschafft und können hier nun weiter. Du, bevor es angehen und hier hoffentlich Eier retten, machen wir erst einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Tokyo Mirage Seasons. Bis dann, haut rein. Ciao.